Moin liebe Leserinnen und Leser aus Oldenburg und Umzu. Ich stehe hier in Hannover vor der niedersächsischen Staatskanzlei, Arbeitsplatz unseres Ministerpräsidenten Stefan Weil. Sie haben uns in der Reihe der Direkte Draht einige Fragen eingereicht, die stelle ich dem Ministerpräsidenten mal. Und angesichts des bevorstehenden Weihnachtsfestes frage ich ihn auch gleich mal, ob er schon alle Geschenke beisammen hat. Ja, in diesem Jahr hat es ganz gut geklappt mit den Geschenken. Also ich muss jetzt noch eins besorgen, aber ich weiß auch schon was und wo. Und deswegen bin ich die größten Sorgen schon mal los. Das ist nicht in jedem Jahr so gewesen. Wir haben einige Leserfragen bekommen und steigen auch gleich direkt mal ein mit Gerhard Krucina aus Oldenburg, der selbst seit 22 Jahren Rentner ist. Und der uns geschrieben hat, als der Euro eingeführt wurde, wurden unsere Renten auf kaltem Wege fast um die Hälfte reduziert. Das Argument, dass ja auch alle Preise entsprechend angepasst würden, ging auch ins Leere. Die Renten sind letztlich nur in geringem Maße verschwindend angepasst worden. Sozusagen ein Augentropfen. Jetzt die Frage an Sie. Vielen Rentnern wird es damit sich halt knapp im Geldbeutel. Wie stellt sich ein Politiker, wie Herr Ministerpräsident, bei dieser Fragestellung? Moin, Herr Krucina. Nichts für ungut, aber da erlaube ich mir ein Fragezeichen. Denn bei uns in Deutschland sind die Renten, also die gesetzlichen Renten, ja angepasst an die Gehalts- und die Lohnentwicklung. Das war auch bei der Umstellung von D-Mark auf Euro so. Und ich habe eigentlich von damals, ehrlich gesagt, nicht in Erinnerung, dass von Seiten der Rentnerinnen und Rentner da eine besondere Beschwerde gekommen ist. Das andere Thema mit den Preisen, das war damals in der Tat eines. Aber seitdem sind eine Menge Jahre vergangen und gerade in den letzten zehn Jahren stellen wir durchaus einen deutlichen Kaufkraftzuwachs bei den Rentnerinnen und Rentnern fest. Im Durchschnitt wohlgemerkt. Die sind nämlich pro Jahr im Durchschnitt um fast drei Prozent gestiegen. Im Osten übrigens noch ein bisschen stärker als im Westen. Sodass wir aber doch einen entsprechenden Kaufkraftzuwachs bei den Rentenbeziehern haben. Was Sie allerdings ansprechen mit den schmalen Renten am Ende Ihrer Frage. Das ist natürlich richtig. Das hängt in der Tat auch damit zusammen, dass viele Menschen im Laufe ihres Erwerbslebens leider nicht viel Geld verdient haben. Und dann ist am Ende tatsächlich die gesetzliche Rente auch ziemlich knapp. Und deswegen ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen, das wir in der Politik in den nächsten Jahren haben werden, wie machen wir die Rente zukunftssicher. Aber vor allen Dingen auch, wie sorgen wir dafür, dass die Menschen im Ruhestand dann immer noch wirklich vernünftig und gut leben können. Herr Baumann aus Hude, Ulf Baumann, dem geht es auch ums Geld. Und der hat uns geschrieben, Niedersachsens Steuereinnahmen sprudeln. Da liegt er sicherlich nicht ganz verkehrt. Und schreibt uns dazu, gleichzeitig findet das Land nicht genügend Bewerber für den Polizei- und Schuldienst, weil hier in Niedersachsen die niedrigsten Gehälter und keine Gratifikationen bezahlt würden. Weshalb zahlt das Land den Polizisten und Lehrkräften bei üppig gefüllten Kassen nicht als Anreiz und Anerkennung ein Weihnachts- und Urlaubsgeld und erhöht einfach die Gehälter? Das sind jetzt verschiedene Themen in einer Frage zusammen. Fangen wir mal mit den Lehrerinnen und Lehrern an. Fast alle deutschen Länder haben derzeit das Problem, dass wir einerseits genügend junge Leute haben, die wollen Gymnasiallehrkräfte werden, aber zu wenige, die sich für die Grundschulen, die Haupt- und Realschulen ausbilden lassen wollen. Und da wird jetzt in der Tat auch in Niedersachsen eine Diskussion darüber geführt, ob die Absolventen, die inzwischen genauso lange studieren wie die Gymnasialen, ob die in Zukunft mehr Geld kriegen werden. Ich denke, im nächsten Jahr werden sie da von der Landesregierung auch eine klare Position dazu kriegen. Bei der Polizei ist es so, dass wir vor allen Dingen derzeit versuchen, einem Grundübel nach und nach beizukommen. Das besteht nämlich darin, dass wir so einen ungünstigen sogenannten Stellenkegel bei der Polizei haben. Was heißt, dass auch wirklich sehr gute Polizeibeamte viel zu selten befördert werden im Laufe ihres Berufslebens. Wir versuchen das durch Stellenhebungsprogramme tatsächlich auch nach und nach in den Griff zu kriegen. Und drittens gibt es auch wiederum, insbesondere von der gewerkschaftlichen Seite her, die klare Forderung, es muss wieder eine Sonderzahlung, ein Weihnachtsgeld her. Das hängt damit zusammen, dass vor etwa 13, 14 Jahren dieses Weihnachtsgeld abgeschafft wurde. Ich bin nicht sicher, ob wir an dieser Stelle wirklich zu einem guten Ergebnis gelangen, aber auch das ist derzeit im Gespräch. Und wenn Sie weiter in der NWZ intensiv lesen, dann werden Sie sicherlich im Laufe der nächsten Monate mitkriegen, wie sich das weiter entwickeln wird. Und ich wünsche allen Leserinnen und Lesern und Zuschauerinnen und Zuschauern der NWZ schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Machen Sie es gut. Tschüss.